Ich bleibe gleich, weil, dass du im Nachhinein dann jemanden holen musst, und das hat gar nichts mit dem Instrument zu tun, das man die gar nicht bewerten, sondern dass du nicht in der Lage warst, in dem langen Transferfenster, das es ja gab, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen, und dann nochmal nachinvestieren musstest. Und es ist einfach nicht einig. Okay, also wir besprechen das im Rahmen dieser Sendung mit folgender Runde. Befreundlich auf diese Gäste von Skype zu uns gekommen ist Ricardo Basile. Schönen guten Morgen! Außerdem, unser Stoller ist Chefreporter Patrick Berger. Er arbeitet bei Magenta Bayern, der Hinweis gerade hier ist Thomas Wagner. Er gehört zur Sendung, wie in Roten Stühle, hier ist Stefan Leffenberg und der Experte. Danke schön! Und dann haben wir einen Mann, der hier ja später in unsere Runde noch dazustoßen wird, der Schiedsrichter der Team BVB-Union. Gestern Patrick Gittrich ist hier in den Hohen. Und natürlich ist sie auch im Start. Das ist die Nationalseite, die Frage der Woche. Schönen guten Morgen! Schönen guten Morgen! Schönen guten Morgen! Schönen guten Morgen! Ja, wir hören uns heute natürlich ausführlich, so dass wir auch da gesagt, um die deutsche Nationalmannschaft, um die erste Amtshandlung von Julian Nagelsmann in Kader, den er berufen hat. Es gibt ein paar Diener in der Zahl. Und da sieht man, man ist fast nur zu jung für einen, die 32 Jahre alt ist, beispielsweise Kevin Behrens, von der jetzt mit dabei ist, der übrigens die Nummer von Julian Nagelsmann, und ich hatte, der erst mal einspeichern musste, nachdem er zwei andere Abwesenheit von Unbekannt hatte. Und da gibt es jemanden, wie man zum Nitz, der zurückkommt nach über zwei Jahren Abstinenz. Die Top-Personal, der, wenn er eingesetzt wird, wird er dann zum ältesten Nationalsteller sein, wir müssen das Latteslose, wird er dann 35, also man zum Nitz. Und wir fragen uns, wie sieht es bei Ihnen aus? Sagen Sie, das ist genau das Richtige auf dem Grund, dass Julian Nagelsmann da gebracht hat? Das ist unsere Frage, die Sie, auf sport1.de oder am Doktor von 139-011-011. Und die Auswahlmöglichkeiten, die sind so vielfältig wie die Meinungen wahrscheinlich dazu. Einmal, ja, die Mischung passt, oder wie Sie sagen, der Kader, der hat nicht genügend Qualität, oder, also ich kann mich entscheiden, weil es geht eher um Einstellung und Teamgeist. Was auch was ist, machen Sie mit, dann sind Sie bei uns in der Shop. Also, vor allem, wir haben ja auch jetzt uns nicht immer wichtiger, aber wir beginnen nicht mit der ganzen Mannschaft, sondern wir beginnen mit der Fahrschutzmannschaft der Saison. Im vergangenen Jahr gerade noch die Klasse gehalten in der Delegation und jetzt vorübergehend Tabellenführer mit tollen Spielen, der VfB Stuttgart. Und ein Mann steht jetzt im Zentrum, der bisher 13-Tore geschossen hat. Zero, hier was ist. Seinen Namen darf man nicht mehr vergessen. Zero Girassi ist der treffsicherste Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Denn weder der große Gerd Mürr, noch Robert Lewandowski haben nach sieben Spieltagen zu viele Tore erzielt. Mit 13 Minuten macht sich Girassi zur Legende. Und Girassi ist auch der erste Nichtmünchner, der nach so kurzer Zeit eine zweistellige Zahl an Bundesliga-Toren geliebt. Und weil das noch nicht genug ist, macht er gegen Wolfsburg auch noch einen lukenreinen Hettel in nur 15 Minuten. Und kein Stürmer ist derzeit so effizient wie der Rekordschütze von VfB. Fast jeder zweite Torschuss von Girassi ist drin. Und dank ihm hat der VfB jetzt auch schon zwei Punkte mehr als in der ganzen Vorrunde der letzten Saison. Der Abstiegskandidat ist aktuell sogar Tabellenführer. Und Girassi selbst hat schon zwei Tore mehr erzielt als in der ganzen letzten Spielzeit. Da fragt man sich, warum ist Girassi plötzlich so explodiert? Da fragen sich glaube ich viele Fußballfans, was ist da los, warum funktioniert das Ball durch Stephanaschulein? Der ist erstmal Verletzungsfrei. Der wissen ja, die Lohns-Verletzung zu kämpfen. Der ist letztens, weil er tolle Unterstützung aus Mittelfeld und Führung, die gestern Nebeling, die ihn ja auch einsetzen und bedienen. Und er hält es ja auch nicht nur der klassische Neuland, also dass er nur im Strafraum gefährlich ist, sondern auch aus der Distanzen. Ein paar Wochen schon geschossen hat, er schießt rechts und es ist aufballstark. Also er bringt eigentlich alles mit. Und deswegen wundern mich die 13-Tore-Stand heute nicht hin. Geht's dir hin? Ja, der VfB spielt wieder den Fußballfanschulein, für den der VfB noch steht. Und sie fußt. Dann wird es natürlich für den Stürmer leichter, wenn du natürlich permanent eine Welle bekommst, wie wenn du wie in der Vergangenheit tief stehst und dann immer erst wartest, bis was passiert und wann auch wieder ist. Und jetzt spielen sie einen aktiven Fußball, das hat Sebastian Möller super-Wartner in die Mannschaft hineinbekommen. Und dass die Qualität ja da war, das hat man ja auch schon letztens erkennen oder erahnen können. Und jetzt bringen sie den VfB auf den Platz. Manche sagen, das Programm hat ihnen aber auch so ein bisschen in die Karten gespielt. Das stimmt. Manche sagen, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt gelöhnelt. Vielen Dank.